Willkommen zurück, ich bin Skira, ich bin El, wiederholen wir den Kampf, in diesem gewinnen wir ihn, hoffentlich, ja warum nicht, ich würde lieber Tonuktu weintun, das ist ja fertig, ich würde Tonuktu und die Boxen, ich hätte am Anfang nicht Finale gemacht, weißt du wie du tun würdest, Tonuktu und die Boxen, den Boxer, der ist ja, ne Margarita, der bringt gar nichts, ja ich würde den leveln mal, ich würde mal nachdenken, was bringt uns das jetzt, das bringt uns auch nicht, wenn ich angreifen kann, keine Erfahrung zu tun, ich war ja sterb, was haben wir davon, ich glaube der wird außer der Zielverteidigung, darum, trotzdem, ja, 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 ich hätte noch nie, das steht, habt ihr euch noch nie gesehen, ihr hättet uns auch gerade gesehen, ich würde auch lieber, ich überlege gerade, hätte ich lieber auch links gemacht, zweitens Tonuktu, weil der sofort eh finaler machen wird Meinst du, ich weiß nicht, ob der sofort einsetzt Ich hab zum Gefühl, dass du sofort einsetzen willst, die drücke auf Riesst du Aber ich glaube, der überlebt noch Glaube ich auch Warum steht die dabei sofort? Ein Leben noch Loll, der hat sich selbst ausgenaut Wollte ich aber danach mal direkt wieder heilen gehen? Ja, ich musste Okay Was, wie es vorher fahren konnte Boah, ja Sauber Ja So ist nicht auf euer Niveau Mach nie, Tom Komm, nur noch das, was ihr kriegt Jawohl Sauber Ja, wir haben es gefunden So Ich danke, ey, da haben wir es geschafft, das denn Alles, wenn, alles, wenn Fert Ja, Fert Fert Du wolltest dann verdächtig, aber Ja, klar Wollte das nicht jetzt laut sagen Jetzt würd ich über heilen gehen, ne? Ja, geh ich auch schon Okay, dann gehen wir Dann läuft schon was, ne? Wo? Hinter dir Egal, ich krieg schon Dann muss ich ja zur nächsten Stadt eben schnell sagen Heine wieder hier hin Oder du musst dich ja töten lassen Nee Okay, Leute, tut mir leid, dass ich das jetzt alle reinziehen muss, aber es geht nicht anders Auch, ähm, ne? Auch, ähm, ne? Ich weiß nicht, wo auch gute Taten müssen machen, weiß ich auch nicht Ja, wie geht's denn? Guck mal, was ist gut? Wenn du sie da angehen, der, ähm, muss ja beziehen, was du nicht machen musst, dann ja Die muss wohl Piener geben, schnapp rein Ja, hab mir deine Hand gesehen? Deine Spielhand? Ja, mit denen du jeden Tag spielst? Ja Ja, hab mir deine Hand gesehen? Deine Spielhand? Ja, mit denen du jeden Tag spielst? Ja Ja Hast du auch gesagt gerade Ja 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 Was mit Labor und dann was musst du dann machen weiter? Wo muss man noch kämpfen gehen? Ich glaub hier dann, nachher, die dann ist die Baustelle oder so fertig Und dann kann man, jetzt kommt der Endboss Jetzt muss ich mal viel Geht Wieso, Labor geht doch schnell bestimmt Labor sind so die harten Gegner und so Also wie Labor sind die am behindertsten Uns gelaufen geht mir ja schon, Keks Ja, die ganzen Etagen abzuklappern Und zu laden gehen Und immer laden gehen Ja 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 Wir müssen jetzt ja durch Ja 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 Aber wenn wir jetzt mal abbrechen Neee Wir sitzt da schon seit Anfang des Jahres rein Ohne Scheiss Und dann mal 30 Fahrze Ja Da hat's geblinkt Ja DNS Pro Aber ja genau, die brauchen wir DNS Pro brauchen wir Für? Nur weiter zu kommen Oh nee Hm um und war davon forscher da wohl Bonnard jeder hat zum Punkt und tschüss Ja, der macht bestimmt wieder Finale, ne Donner, lol. Ich bin froh, dass Donner oft trifft. Ja, ne. Das war mal gar nicht so. Egal, der Einschlag weg. Ja. Eigentlich ist das gar nichts, dass es so oft trifft. Eigentlich hätte ich mir den sofort vornehmen sollen. Warum nicht? Boah, ey, das gibt's doch nicht. Ey, ich glaub, du musst erst die bei öfter Tränke kaufen. Ja. Jetzt habt ihr keinen Tränke gekauft, ne? Nein, scheiße. Ja, diese Donner. Boah, das gibt's in Hagen daneben. So muss das eigentlich auch sein, logischerweise. Ja, nicht immer. Ja, aber meistens. Hallo, dass wenn Donner so oft trifft, ja. Ja. Ah, nein. Scheiße, er lebt noch. Ey, mach nicht, ich bin wieder Donner. Mach Rückkehr. Nein, ich hab trotzdem nichts. Nein. Tod, Taxi ist tot. Egal. Und das stärkste Pokémon. Egal. Den brauchen wir aber. Egal. Glück tut uns eh stärker. Sonst hier eh nicht einzusetzen. Boom, ey. So. Boah, fast. Ja, Mann. Sauber. So. Jetzt musst du wieder hochlaufen. Ne, nicht hoch, ne. Jetzt musst du jetzt weiterlaufen. Ja. Dann musst du die Schlüsseln erst oder wie? So. So. So, dann gucken wir hier das hin. Ah, jetzt kann es wieder runtergehen, ne. Ja. Können wir da weiter. So. Du bist angeschrieben. Und dann zuerst. Oh, Mann. Wie ist denn? Mit der? Oh, Mann. Oh, Mann. Du weißt schon, seit du hinmuss laufen? Ja. Ja. Ne, ne, ne. An der ersten auf der anderen Seite. Da, wo wir anfangen waren, an der Tür. Hier. Und hier, wo wir. Kann ich nicht Pokémon einnehmen? Nein. Da unten, da. So, ich komm irgendwie ein Stückchen weiter. Aua! Ey! So, ich cut mal und... Gucken wir, ich spuck mal jetzt mal. Ich hoffe nicht allzu gut. Klar machen, ich bin lustig da. Halt mir doch Klammern. Mhh. Der bestimmt wieder im Glück tut oder so. Bah, nein, da muss ich auch gleich das mit vorne. Egal. Gut, viel Platz bekommen, Luke. Ich will die Rückkehr machen. Die Rückkehr ist stärker. Klar, Rückkehr müsst ihr auch den eigentlich machen. Und fliegen. Wieso hast du dich auch schon lustig gemacht, Luke? Ich hab keinen Bock gehabt. Weil das ist ein sehr effektiver Flug. Du wolltest aber jetzt lieber so machen. Ja. Klar doch. Und so. Scheiße, meine Tätigung. Auch eine Spezialbuchstelle. Mhh. So. So, der ist noch mal fähig. Ja. Ich weiß sowieso nicht mehr, warum ich sowas riedene Pokemon habe. Mhh. Mhh. Oh Gott. Boah. Die Türen war doch gar nicht mehr schlecht, oder? Mach irgendwie das Biss auf Dings. Auf wen? Auf diesem Akkorn. Ey. Ich glaube, du musst dir Trank einsetzen. Ich drück auch unten und besser machen. Mhh. 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 Nein, sonst steht's dein Ell. Ja und? Alles nicht wichtig. Will ich aber nicht tun. Nein, nein, nein. Sie hat keine Wirkung. Mhh. Tod. Egal. Du meinst noch stärkste Pokemon jetzt jetzt, ne? Äh. Nahtara hat du gesagt, ja. Ist das schon bewusst? Nee. Doch. Die hat schlechte Attacken noch. Ja, auch. Ja. Ich meine, du brauchst Psychokinese. Angesinn schwach. Egal. Ich finde, das ist voll schwach Attacke, ey. Nahtara kann auch Psychokinese bleiben. Ja, meine ich ja. Wenn ihr es hat, dann ist es stärker. Egal. Ich schaue mal trotzdem auf den Kampf. Uuuuh. Boah. Also der ist nicht gerade mal schlecht, ne? Der geht mal ab. Der geht ja voller. Ja, irgendwie schon. Bodycheck, ja man. Ja. Also ich meine mal so oder so. Der geht gar nicht. Den müssen wir echt leveln, ey. Ja. Das klingt wieder mal voll ab. Hätte ich dir gesagt. Boah, echt richtig nach. Come on. Okay, da bringt sich nicht wirklich was. Ja, dann würde ich Dings machen. Ah. Oh. Glück doch. Mhm. Nein, bis wieder. Auf die nächste, auf den Taran, ey. Ja, auf den. Ah, schlecht. Der steht gut für Harry. Ja, ey. Das ist nicht so gut. Ich würde Finta auf Dings machen. Finta auf Hunduster eh nicht. Ach. Was weiß auch noch. Finta auf Kramo. Und fliegen auf Hunduster. Fliegen auf Hunduster. Boah, fliegt dieser auch hoch. Nein. Yeah. Der hat einen Angriff gestartet. Geil. Uh. Mach lieber geilen Power. Ja. Das sehe ich auch so. Oh mein Gott. Voll heftig. Wie der abgeht, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe schon 2 Minuten aufgenommen, ne? Was? Das ist mir nix auf. Das ist mir nix auf. Das ist mir nix auf. Wie der dunklen. Wie der dunklen? Das ist mir nix.